Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jede Stadt werden wir durchsuchen. Von Teheran bis Neapel. Von Monte Carlo bis Genf. Und wir werden es finden. Wir werden alles einsetzen, was uns zu ihm bringen kann. Flugzeuge, Hubschrauber, Autos und Eisenbahnzüge. Pferde und Kamele. Wenn es nötig ist, werden wir auch zu Fuß gehen. Wir werden alles durchsuchen. Luxushotels. Zwielichtige Bars. Dunkle Keller. Elegante Nachtclubs. Schäbige Ankleideräume. Gefängnisse. Jachten. Straßen. Überall werden wir suchen. Und wir werden es finden. Um ihm auf die Spur zu kommen, werden wir jede nur denkbare Methode anwenden. Von der Ältesten bis zur Neuesten. Von Polizeihunden bis zu Geigerzählern. Mit äußerster Gründlichkeit werden wir Nachforschungen anstellen. Ausfragen. Verfolgen. Aufspüren. Beobachten. Selbst bei Lebensgefahr. Denn unsere Feinde sind mächtig. Wir werden so viele Leute einsetzen wie nötig. Alle ausgewählt aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten. Mut. Schlauheit. Und Geschicklichkeit. Sie werden mit fairen Mitteln kämpfen oder mit unfairen, wenn sie dazu gezwungen sind. Sie werden offen oder im Geheimen operieren. Und viele werden Schweres durchmachen. Viele werden sogar ihr Leben lassen müssen. Wir haben eine Anzahl großer Stars gebeten, uns hierbei zu helfen. Und alle haben uns zugesagt. Wir danken ihnen dafür. Bambá, 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 bambá. Wir werden es bekämpfen. Aber was? Aber wen? Eine Frau? Nein, etwas viel Gefährlicheres. Eine Blume. Eine einfache Blume. Den Mond. Die Blume des Opiums. Es ist nichts Böses im Opium. Aber in den Menschen. Denn Mond ist auch eine Blume. Es ist nichts Böses im Opium. Die Blume des Opiums. Die Blume des Opiums. Die Blume des Opiums. Die Blume des Opiums. Vielen Dank.